Ich bin Simi aus Lautre, ich bin FCK-Fan seit ich denke kann und ihr hier Bötze gebabbelt, der FCK-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 78, mein Name ist Daniel und mit mir heute dabei sind der Flo, Matthias, Servus und Stefan. Heute müssen wir leider auf Tobi und Paul verzichten, aber ich denke zu viert kriegen wir auch eine annehmbare Folge hin, oder? Annehmbar? Annehmbar ist es immer. Lieb gemein. Wo sind die beiden? Sind die verletzt oder was? Ich habe noch was vom Männerabend gehört. Ah, mit, aha. So zusammen, oder? Auf einem Schandengladen oder was? Ja, vielleicht wollen sie sich zusammen mal richtig einen hinter die Binde kippen oder so, wer weiß. Ja, Paul stellt Tobi die ganze Zeit alle Spieler vor und Tobi sagt die ganze Zeit nur wer. Genau so. Ja, wie geht es euch denn so? Seit dem letzten Wochenende ein bisschen besser. Ja, also die letzten, weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen, an die Januar kann das sein? Mitte Januar. Mitte Januar. Ja, seitdem geht es ja gut ab, mal wieder, leider. Aber es war doch jetzt schon wieder besser, oder nicht? Ja, ein Spiel in Rostock, aber alles außenrum, äh, war jetzt halt gerade so super. Also wir können ja mal einen kurzen Einblick geben. Also ursprünglich wollten wir uns vor zwei Wochen schon treffen, das war kurz nach der Vorstellung von Funkel. Da habe ich die Folge schon vor mir gesehen, ah, Funkel da, jetzt wird alles geil und lass das mal den Papa machen und gesicherter Mittelfeldplatz. Dann haben wir uns um eine Woche verlegt, dann wären wir letzte Woche nach dem KSC-Spiel gewesen. Da hätte ich schon gedacht, äh, habe ich mir die Podcast-Folge schon ausgemalt, äh, alles scheiße, wir steigen ab und, äh, alles Müll. Und, äh, ja, jetzt sind wir hier, 3-0 in Rostock gewonnen und, äh, ja, was, was, was machen wir jetzt? Wie fühlen wir uns? Nach dem 3-0 in Rostock musst du dir immer vorstellen, im Hintergrund läuft die Champions-League-Melodie und, äh, jeder weiß, jetzt, jetzt steigen wir auf, also, ne? Äh, ja, aber ich, ich fand das interessant, wie du das gerade geschildert hast, weil so würde ich das nämlich auch empfinden. Aber eigentlich ist das doch, also, meiner Beobachtung nach, eigentlich wie bei allen FCK-Fans, wenn du verlierst, denkst du, ah, scheiße, wir steigen ab, so, alles, alles grausam und wenn du gewinnst, alles mega. Geht die Sonne früh auf, wunderschön alles und, äh, jetzt, jetzt geht's auf. Also, das war für mich am Samstag so ein richtiges Aufatmen nach dem Rostock-Spiel, weil, also ich, also nach dem KSC-Spiel, da können wir ja später oder gleich mal im Detail drüber sprechen. Ähm, da ging's mir richtig scheiße und für mich war wirklich alles scheiße und dann, das war dann auch zwei, drei Tage so, wo eigentlich so nach einer Niederlage, wo man dann sich denkt, ja, okay, aber muss ja wieder weitergehen und so. Bei mir hat das Gefühl, alles scheiße, aber sehr lange angehalten, bis mir dann im Laufe der Woche irgendwann so ein Gedanke gekommen ist, hm, also wir spielen jetzt gegen Rostock, die sind noch hinter uns und dann ist mir so gekommen, Rostock hat noch ein bisschen mehr Druck als wir, so vor diesem Spiel und so hab ich mir dann, das dann irgendwie doch, wenn wir sagen, schön geredet, aber ich hab dann zumindest hoffnungsvoller auf das Spiel geblickt, weil ich mir halt dachte, okay, unentschieden, auch scheiße, aber ich sag viel scheiße, merke ich gerade. Ähm, aber, ja, also ich glaube, in Rostock war die Gefühlswelt vielleicht noch ein bisschen schlimmer und, äh, ja gut, äh, das Spiel und was nach dem 3-0 passiert ist, äh, war, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass in Rostock, glaube ich, äh, die Nerven noch blanker liegen als bei uns vor dem Spiel. Äh, kurzer Ein, äh, Eingriff von mir für die, für diese Fäkalsprache gleich mal, ne, damit wir hier früh anfangen. Ist okay. Ja, ja. Hab ich mir verdient. So. Aber andererseits, wenn du in Rostock verlierst, äh, brennt bei uns richtig, ne? Das war auch mein Gedanke, ehrlich gesagt, eher, ja. Aber es war auch mal wieder irgendwie so ein, so ein Spiel, okay, jetzt geht's mal wieder um was, so ein richtiger Charaktertest. Und, äh, man muss auch mal sagen, so scheiße, wie es, Entschuldigung, wie es gegen KSC war, äh, so, so souverän, so souverän warst du dann im Endeffekt auch gegen Rostock. Also ich hatte jetzt nie irgendwie Angst gehabt, dass, dass wir das Ding aus der Hand geben. War echt ein verhältnismäßig sehr souveräner Auftritt nach so einem Spiel, äh, gegen KSC, was du daheim wirklich sagen und klagen musst. Verlierst. Rostock war halt auch wirklich sehr schlecht. Und dann natürlich musst du auch sagen, äh, mit Oliver Hüsing, einem der, äh, Arminia-Versager von letzter Saison, wie ich sie gerne nenne, äh, der auch, also ich muss ja sagen, also nach der gelb-roten Karte, äh, war ich ein bisschen unzufrieden mit der Entscheidung, weil, ähm, wenn ich mir das nochmal so angeguckt hab in der Zeitlupe, dachte ich, eigentlich ist das glatt rot. Gut, also Redondo hat ja Glück, dass er sich da nicht die Versus bricht. Und, ähm, ja, also Rostock hat's uns jetzt nicht gerade schwer gemacht, aber wir haben das sicherlich auch, also wir hätten noch deutlich höher gewinnen können, das muss man auch mal klar sagen. Ähm, also da wäre deutlich mehr drin gewesen, aber ansonsten haben wir das sehr souverän gemacht. Und, ähm, ja, aber, also ich muss sagen, nach dem Karlsruhe-Spiel war bei mir so die Gefühlswelt so ein bisschen wie nach diesem Spiel in Magdeburg, 2021 war das, glaube ich. Mhm. Mhm, korrigiert mich. Äh, ja, also wo, wo du halt auch gedacht hast, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist, äh, weiß ich nicht, ja, also keine Ahnung, wie das nochmal besser werden soll, weil das war so, 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 so schlecht, ähm, das Spiel. Äh, also da hab ich wenig Hoffnung gehabt auf, auf Besserung erstmal. Und mir ging's auch so ein bisschen wie Stefan, ich hab halt eher gedacht, ja, also wenn du das jetzt in Rostock auch noch verlierst, dann weiß ich nicht, wie das jetzt, wie man das nochmal umbieten kann, ähm, ja. Ja. Stefan, warst du im Stadion gegen Karlsruhe? Ja, und, also ich muss echt sagen, sowas hab ich tatsächlich auch noch nie bewusst erlebt, dass es wirklich so nach, wann, 3-0 oder so, war ja wirklich alles, äh, da wurde auch der Support eingestellt, alles war leise gewesen, die ersten Leute sind heimgegangen, also da war wirklich auch von, von allen Seiten komplette Resignation, hab ich tatsächlich so auch noch nie gesehen. Auf dem Platz ist ja auch nichts passiert, was da irgendwie eine Wende hätte einleiten können. Da ist ja kein Pass mehr an Mann gekommen. Also wirklich Auflösungserscheinungen. Ich hatte so den Eindruck, nach dem Spiel, dass die Karlsruher Fans und die Mannschaft sich zwar gefreut haben bei den Derbysieg seit, was weiß ich, auf dem Betzelt seit 290, aber so richtig ist da auch nicht so diese Stimmung aufgekommen, weil der Gegner halt wirklich in der zweiten Halbzeit ja kein Gegner war, sondern mehr ein Opfer. Äh, und ja, ich geh vollkommen mit. Nach dem Spiel hab ich gedacht, wie will der FCK die Klasse noch halten, mit so einer Leistung sowieso, aber auch mit so einer Einstellung, die ja überhaupt nicht gestimmt hat in dem Spiel. Zum, ne, zum Gegner, zum Derby, zum ausverkauften Haus, zum Abstiegskampf. Da dachte ich, okay, wenn man das nicht gedreht kriegt, dann muss man sehr viel drehen. Das hat jetzt den Rostock, muss man ja auch dazu sagen, sehr, sehr gut ausgesehen. Ähm, aber nach dem KSC-Spiel dachte ich mir so, wuh, das wird aber sehr, 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 sehr eng. Andererseits hoffe ich natürlich jetzt nach diesem Sieg in Rostock, dass das jetzt so dieser, nochmal dieser Turning Point war, dass die jetzt vielleicht nochmal irgendwie so reinkommen und nochmal auswärts vor allen Dingen, die sind ja noch sehr schwere Auswärtsspiele, kann man ja jetzt nicht wegdiskutieren, vielleicht auch noch ein paar Punkte klauen. Aber das hat man halt nach dem Spiel gegen Schalke auch gedacht, deswegen bin ich da noch ein bisschen vorsichtig, ne? Also ich, wenn wir jetzt nochmal kurz bei dem bleiben, was Stefan beschrieben hat, so im Stadion und so, also so ging's mir halt auch. Also ich bin ja jetzt leider nicht mehr so oft wie früher im Stadion, aber also das hab ich so tatsächlich auch noch nie erlebt. Und wir haben ja auch darüber dann in unserer WhatsApp-Gruppe danach uns ausgetauscht und philosophiert, ob wir sowas schon mal erlebt haben auf dem Bett. Und ich kann mich halt, also ich konnte mich tatsächlich an so eine krasse Demütigung, hab ich in dem Moment dann auch geschrieben, konnte ich mich ad hoc nicht erinnern. Und ich müsste jetzt auch sehr lange nachdenken, dass ich sowas mal erlebt hätte. Also das war wirklich, äh, das war wirklich, wirklich Wahnsinn. Und danach war auch, ja, also danach war wirklich, man hat's im Stadion sofort natürlich dann erlebt und auch danach in den Tagen im Internet oder wenn man mit Freunden gequatscht hat. Ähm, also da war eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Ja, und, äh, jetzt hat man vielleicht die Chance, also gegen Rostock das Spiel, ja, es war, also ich fand's in der ersten Halbzeit haben sie es eigentlich echt gut gespielt. In der zweiten Halbzeit bisschen, äh, bisschen, ähm, dann ein, zwei Gänge rausgenommen, fand ich. Aber vielleicht, also wann, wenn nicht, jetzt möchte man mal so, so, diesen, diesen Schalter umlegen und mal so eine Serie starten. Also klar, Osnabrück hat jetzt, äh, letzte Woche in, äh, oder am Wochenende in Hamburg gewonnen. Damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Aber letztendlich, äh, würde ich trotzdem dabei bleiben, dass man Osnabrück zu Hause auf jeden Fall schlagen muss. Und dann hat man, hätte man halt schon zwei Spiele in Folge gewonnen. Und ja, vielleicht ist das dann auch mal so eine, tatsächlich, dann so eine, also können wir da mal so eine kleine Serie jetzt vielleicht nicht. Also nicht, dass wir fünf Spiele gewinnen oder so, äh, ist natürlich jetzt nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, das wäre für die Köpfe halt schon mal echt, äh, echt, äh, echt, was, echt ein Pfund, wenn man da mal sagen könnte, man hätte zwei Spiele gewonnen. Dann geht's nach Hannover. Das wird auf jeden Fall auch ein schweres Spiel. Aber, ähm, also, da werden auch wieder viele Lauternfans dabei sein. Äh, äh, Samstagabend 20.30 sind ja auch so Spiele, die dem FCK warum auch immer liegen. Ähm, also, ja, warum denn nicht? Also, ich, äh, bin auf jeden Fall jetzt deutlich optimistischer gestimmt als noch, äh, vor zehn Tagen. Ja, und das liegt ja auch ein Stück weit an, an der Art und Weise, wie Friedhelm Funkel halt eben auch kommuniziert. Ich meine, der strahlt so eine unfassbare Ruhe aus. Ähm, auch nach dem 0-4 gegen Karlsruhe hat sie jetzt nicht den Eindruck, dass da irgendwie, äh, bei, bei Funkel Zweifel oder sowas kommt. Und der war, also, der wirkt auf mich halt eben sehr souverän und immer noch so aller, äh, ja, komm, lass mich mal machen. Ich krieg das da schon hin. Also, der wirkt auf mich jetzt so, also, ja, ich hab alles im Griff und vertraut mir. Ich krieg das da hin. Der hat halt auch schon alles erlebt, ne? Und der weiß halt auch, egal wie schlimm eine Niederlage war, äh, das sind halt auch nur drei Punkte, die du nicht geholt hast. Abhaken und beim nächsten Mal kannst du das halt besser machen. Das ist, äh, für, also, ich glaube, für jemanden, der das halt von außen so, äh, nur sieht, ist das natürlich, äh, schwer zu begreifen, wie man dann so ein Turnover schaffen kann in nur einer Woche. Aber es ist möglich, das zeigt der Fußball immer wieder und wir haben es jetzt auch gesehen, ähm, ja, da, das zahlt sich einfach die Erfahrung aus, muss man, muss man ja klar sagen, ja. Es ist, es ist auch gefühlt so, also, so nehme ich das wahr, halt auch so eine Einigkeit so bei den Fans, ähm, man hat jetzt Funkel geholt und, äh, wenn der es nicht schafft, dann schafft das keiner. Ja, also, äh, jetzt nochmal dann irgendwie, äh, keine Ahnung, dann irgendwann sagen, ach, nein, wir brauchen jetzt nochmal einen neuen Trainer dafür, also, ist die Zeit jetzt nicht mehr, also, wenn er es jetzt nicht schafft und, ich meine, mit der Erfahrung muss man auch sagen, wen willst du denn sonst holen für, für, für so ein Projekt, äh, dann, äh, ja, weiß ich auch nicht. Mhm. Es ist ja klar abgesteckt, was jetzt ist halt, Klassenerhalt, er soll es halt richten und darauf muss man sich jetzt konzentrieren. Wir werden ja später oder gleich auch nochmal über außersportliche Dinge des Platzes, außerhalb des Platzes sprechen, sag ich mal so, äh, aber ja, natürlich ist jetzt halt mal klar gesagt worden, es geht nur in den Klassenerhalt und er soll es schaffen. Ja, es hat jetzt schon bewiesen, in Rostock bei dem Spiel, muss man schon sagen, ich glaube schon, dass unter der Woche da mal richtig, äh, dass es da mal richtig geflattert hat, ne, weil klar, wenn du so weiter, so weitergespielt hättest mit so einer Einstellung, was mir, wie gesagt, ich sag nochmal, was mich, mir so, sauer aufgestoßen ist, sag ich mal, war halt die mangelnde Einstellung zu dem ganzen Spiel, zu den Rahmenbedingungen und so, dass du, dass du mal verlieren kannst im Abstiegskampf, keine Frage, aber das war schon, habt ihr ja schon ausgiebig gesagt, das war schon bitter und, äh, damit konnte man in Rostock natürlich nicht rechnen, da hast du natürlich, wenn man immer im Fußball sagt, ein anderes Gesicht zeigen, das haben sie da halt echt gezeigt, ne, da waren sie halt giftig, die Einstellung hat gestimmt, äh, man hatte den Eindruck, also, die Mannschaft weiß jetzt, wo sie ist, was jetzt hier gefragt ist und, äh, das darfst du aber halt nicht nur ein Spiel bringen, das musst du jetzt halt noch die zehn Spiele bringen, dann darf man natürlich auch mal verlieren, keine Frage, weil die Gegner werden natürlich, äh, äh, ja, schon noch schwerer ein bisschen als Hansa Rostock, würde ich mal sagen, in der Verfassung, in der Rostock war jetzt am Samstag, dann wird man mal sehen, aber ich gehe mit Daniel mit, ich habe auch so die Hoffnung, dass jetzt, äh, gegen Osnabrück nochmal gewonnen wird, dass man dann vielleicht so ein bisschen in diesen, dass man vielleicht ein bisschen mal in sichere Gefilde kommt und ein bisschen Selbstvertrauen Fußball spielt und dann, äh, auch mal als Außenseiter auswärts was klauen kann. Also ich muss ja sagen, ähm, um nochmal auf das KSC-Spiel zu kommen, weil du es gerade auch gesagt hast, ja, die Einstellung war natürlich mangelhaft, ähm, das ist auch, also gerade in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, aber ich fand eigentlich fast mit am erschreckendsten, ähm, wenn ich mir die erste Halbzeit anschaue, wie absolut überhaupt gar kein Plan offenbar da war oder man ihn zumindest nicht sehen konnte, wie man da überhaupt in der Offensive was mit dem Ball machen will, also das war ja wirklich nur hinten drin stehen und Bälle rausbolzen, dann ist vorne keiner angekommen, beziehungsweise, äh, Ache konnte da auch keinen irgendwie halten, da ist nichts, also es ging ja wirklich gar nichts nach vorne, äh, ich weiß nicht, ich habe es noch fotografiert, war ja irgendwie irgendwie in der Halbzeit dann dieser, äh, dieser Expected-Goal-Wert irgendwie von 0,01 zu 0,12 oder was weiß ich, also auf jeden Fall super niedrig für beide Mannschaften und, äh, also war einfach katastrophales Fußballspiel und das hat mich schon, also das hat mich schon nachhaltig, sag ich mal, äh, negativ beeindruckt, äh, und dann gut, zweite Halbzeit sind die halt völlig auseinandergefallen, also der KC hat es dann auch okay gemacht, aber, ähm, ja, da hat er ja dann irgendwie gar nichts mehr gestimmt, also, kannst du ja nicht anders, anders sagen. Wobei sie, die kam eigentlich ganz gut aus der Halbzeit, ja, eine Chance gehabt von, von Ritter? Ja, zwei Minuten lang oder so, aber. Ja, da fällt halt direkt das Tor, ne, dann kam halt der Meltdown. Meltdown ist schön. Aber das darf halt in so einem Spiel nicht passieren nach 0,1. Na ja, eben. Naja, aber Gott sei Dank, äh, können wir jetzt ja doch, wie besprochen, positiver gestimmt in die Folge gehen und, äh, ja, also ich, ich denke, äh, oder wie ist denn eure Einschätzung jetzt mit, äh, mit Osnabrück, ähm, also, schlagen müssen, äh, ist, glaube ich, klar, aber, ähm, ist aus meiner Sicht, wie gesagt, trotzdem, dass sie jetzt in Hamburg gewonnen haben, realistisch? Ja, ja, also, ich, ich, ich würde sagen, der Gegner wird auf jeden Fall schwerer als Rostock am Samstag, weil Matthias hat es ja, glaube ich, schon gesagt, die waren wirklich sehr, 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 sehr schwach, ähm, die haben natürlich jetzt zweimal gewonnen, Osnabrück nacheinander, darfst du nicht vergessen, und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen ihre letzte Chance, da nochmal ranzukommen an die Nicht-Abstiegsplätze, ähm, aber ja, klar, ich meine, man muss ja nicht drumherum reden, wenn du die Punkte brauchst im Abstiegskampf, zehn Spieltage vor Schluss, das habe ich auch schon vor dem Spiel gegen Karlsruhe gesagt, da musst du natürlich gegen den Tabellenletzten zu Hause gewinnen, ich glaube, da gibt es keine Ausrede, aber da musst du auch, meines Erachtens, da hättest du auch gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld mal was holen müssen, äh, aber, ja gut, eine Frage war jetzt Osnabrück, ja, klar, muss, also, zehn Spieltage vor Schluss, wenn du die Tabellenletzten zu Hause empfängst, dann musst du das Spiel gewinnen. Gegen wen willst du denn sonst gewinnen, wenn nicht gegen die, also? Ja, das sagt man oft, aber du brauchst jetzt halt die Punkte, Matthias, ne, die Spiele gehen dir hinten raus aus, und nochmal, sag ich jetzt zum dritten Mal, wenn man die aus, wenn man noch guckt, wo der FCK auswärts antreten muss, das sind halt viele Mannschaften, die von oben dabei sind, und, äh, ja, ich glaube von, ich glaube von uns, oder überhaupt im FCK-Umfeld, ich glaube, da kann ich für viele Leute sprechen, hat keiner Bock auf ein Endspiel gegen Eintracht Braunschweig am letzten Spieltag. Ja, wobei man sagen muss, also Osnabrück auch jetzt vor den zwei Siegen, die haben eigentlich gar nicht so scheiße gespielt, ne, die haben einfach ein Tor nicht getroffen. Jaja, keine Frage, aber auf dem Papier bis, auf dem Papier, ne, ja, klar, gehört halt zum Fußball auch dazu, das Tor zu treffen, also, genau, ich würde die nicht unterschätzen, wie gesagt, ich sage nochmal, ich schätze sie momentan stärker ein als Hansa Rostock, weil Hansa Rostock natürlich, wie man am Samstag ja auch rund ums Spiel gesehen hat, auch noch andere Probleme hat, ähm, aber ich glaube in Osnabrück, die kommen halt mit einer ganz ganz anderen, äh, Mentalität jetzt auf dem Bett sind mit zwei Siegen, ne, mit einem Sieg beim HSV, egal wie der zustande gekommen ist, ist ja völlig egal, äh, und vorher haben sie gegen Hannover zu Hause gewonnen, die sollen ja auch nicht so schlecht sein, also wie gesagt, ich, ich erwarte da ein deutlich schwierigeres und stärkeres Spiel und stärkeren Gegner als in Rostock. Also, meine, meine Rechnung ist immer so ein bisschen, findet man zwei oder drei Teams, die am Ende schlechter dastehen als der FCK und, also, ja, also, da muss man schon sagen, ähm, klar, man geht jetzt mit einem positiveren Gefühl jetzt, äh, nach dem Spiel gegen Rostock in, äh, die letzten zehn Spiele, aber, das ist echt knüppelhart da unten, ne, also, Braunschweig, äh, ist in der Rückrunde, äh, echt stark und, äh, wie schätzt ihr das denn einem, meint ihr, dass Schalke bis zuletzt da unten drin bleibt oder werden die sich auch noch irgendwie berappeln oder den Trainer wechseln oder was auch immer? Naja, die haben halt den Vorteil, dass die halt zu Hause viele Spiele gewinnen, ne, die haben jetzt am Wochenende wieder ein Heimspiel, ich glaube, gegen Paderborn, wenn sie das da auch noch gewinnen würden, haben sie schon 32 Punkte, also, die sind halt zu Hause unheimlich gut, die kriegen zwar auswechselnd nichts auf die Kette, aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ob, ich hätte mal so gesagt, dass sie jetzt gegen zu Hause gegen St. Pauli gewinnen, das hätte ich jetzt eher nicht erwartet, ja, wenn sie jetzt das nächste Amtsspiel auch noch gewinnen, glaube ich, werden sie, werden sie mit unten nichts mehr, nicht mehr viel zu tun haben. Ich finde, da sind halt viele Teams auch einfach so eine Wundertüte, siehst du ja bei uns auch, ja, verlierst 0-4, äh, gegen Karlsruhe, dann gewinnst du 3-0 in Rostock, jetzt abgesehen von Rostock vielleicht auch die anderen Mannschaften, es ist nicht so, dass die nichts können oder so, aber die haben mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag und das ist, finde ich, schwierig, vorher zu sagen, also, auch Hannover ist ja jetzt zu Hause offenbar nicht unschlagbar, ja, zum Beispiel, ähm, das ist einfach ziemlich eng in der zweiten Liga und, ja, schwierig einfach, ja, man muss, man muss es einfach schaffen, konstant irgendwie mal ein paar Punkte zu holen und nicht, also, weil so ein 3-0 in Rostock ist halt nichts wert, wenn du, äh, dann eine Woche später wieder zu Hause gegen Osnabrück verlierst, das ist einfach so. Und, ähm, der, der, äh, da ein bisschen Konstanz reinbringt, der wird sich halt retten, so ist es halt. Genau, negative Konstanz hat der FCK ja reingebracht die letzten Monate, so ist es ja, dann muss es hingehen. Genau. Ja, vor allem, genau, also, du siehst ja auch bei uns, ähm, das scheint ja irgendwie so zu sein, entweder es läuft bei uns oder es läuft bei uns gar nicht. Ja, genau. Und jetzt wäre vielleicht ganz schön, wenn es mal wieder laufen würde, aber... Ja, so halbwegs halt, dass du halt einige Punkte dir halt irgendwo klaust und, äh, naja, wenn man es hochrechnet, muss man schon sagen, die Heimspiele, die du jetzt noch hast, gegen Wiesbaden, Magdeburg, Braunschweig, Düsseldorf und Osnabrück, also da musst du schon viele Punkte holen, dass du die Klasse halten kannst, glaube ich, ne? Und es sind ja auch Gegner, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, in Heimspielen, wenn du drinbleiben willst, musst du halt von den Spielen viele gewinnen, würde ich jetzt mal so in die Runde werfen. Aber was Matthias gesagt hat, es stimmt, und da will ich untermauern, ich hätte nämlich zum Beispiel, weil du gefragt hast, Tatjana, nach Schalke, ich hätte jetzt mit Wien-Wiesbaden gerechnet, dass die noch unten reinrutschen, jetzt gewinnen die halt aber auch in der 3-0 in Elversberg, ja, gut, okay, hm. Schauen wir mal. Ja, es bleibt spannend, so viel können wir, glaube ich, festhalten. Immer beim FCK. Ja, was können wir denn noch zum Pokal sagen? Also, Kramotzes ist jetzt nicht mehr da, aber zwei Spiele, zwei Siege im Pokal, also Kramotzes Pokaltrainer, oder? Ja, bester Mann, ja. Den Pokal holen mal, da steht ja fest. Vielleicht können wir ja auch, weil Kramotzes ist ja nach wie vor auf unserer Payroll, der ist ja nach wie vor angestellt, vielleicht kann der ja einfach das Pokalspiel machen. Funkel fährt dann mal ein paar Tage in Urlaub und dann kommt er wieder zurück, oder? Kann Kramotzes mal ein bisschen noch mit der Mannschaft laufen gehen, würde ja helfen. Ja, genau. Oh Gott, oh Mann, jetzt fängt er wieder an. Pokaltor war zwar früher, jetzt hat man den Pokalträder. Genau. Aber ich bin ja auch erst mal gespannt, gegen wen wir spielen und vor allem, also dann, ob man dann in Saarbrücken spielt oder woanders, weil ich habe ja jetzt vor, also vor ein paar Tagen, also letzte Woche, habe ich ja das Spiel gesehen, als Amina da gespielt hat und die haben ja unter der Woche einen neuen Rasen verlegt und genau so sah das dann halt auch wie ein Rasen, der halt nach drei Tagen natürlich noch nicht angewachsen ist. Das heißt, also das war eigentlich noch schlimmer als vorher, ja. Die haben da teilweise halbe Quadratmeter große Stücke rausgetreten und weiß ich nicht was, also ich bin gespannt, wie das da weitergeht, ja. Was wäre euch lieber im Halbfinale? Das ist schwierig, da gehen die Meinungen ja auseinander, da nicht, aber ich würde, wenn ich meine sagen würde, würde ich sagen, Heimspiel gegen Gladbach ist für dich als FCK auf dem Papier im Vorhinein des Spiels einfacher, weil du bist der Außenseiter, jetzt egal, wie die nächsten Ligaspiele ausgehen, da sind 50.000 Leute im Stadion, die werden dich gnadenlos nach vorne peitschen, egal, was da passiert, ligaunabhängig, die Position, egal. So, dann hast du da wirklich in dem Spiel eine riesige Chance, das weiß halt jeder, natürlich auch in Saarbrücken, aber in Saarbrücken bist du natürlich der Favorit als Zweitligist gegen eine tabellarisch mittelmäßige Drittligamannschaft, kannst du halt nur verlieren. Deswegen würde ich sagen, in so einem Spiel kann halt sowieso alles passieren, ne? Ja, aber ich würde das so sehen wie Flo, also sportlich, die Chancen, würde ich sagen, sind wahrscheinlich sowohl in Saarbrücken als auch zu Hause gegen Gladbach wären durchaus da, ob jetzt beim einen Spiel ein bisschen mehr als beim anderen Spiel, weiß ich nicht, aber halt tatsächlich gegen Gladbach hast du halt gar nichts zu verlieren und in Saarbrücken, ja, ich will auch nicht sagen, dass du dann, also, dass du dann nur verlieren kannst, also, weil du kannst auch einiges gewinnen, so ist es ja nicht, aber, ja, die Ausgangslage ist schon ein bisschen eine andere und selbst wenn du dann zu Hause gegen Gladbach verlierst, dann, sag ich mal, gibt das ja jetzt keine negative Stimmung dann für den Rest der Saison oder so, aber wenn du dann in Saarbrücken verlierst, dann ist die Stimmung vielleicht schon ein bisschen eingetrübt und, ja, von daher, Heimspiel gegen Gladbach wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen besser für uns. Na ja, wenn du in Saarbrücken verlierst, dann heißt es halt, oh, jetzt hast du die riesen Chance nicht genutzt, gegen Bundesligist ins Finale zu kommen und gegen Bundesligist, ja, die Gladbacher sind ja jetzt auch nicht so konstant, dass die jetzt jede Woche wegfielen gehen, also ich finde schon, dass wir auch nicht eine Chance gegen die haben. Ja, Ache regelt im Teufelsfall. Genau. Muss halt trotzdem sagen, wenn du gegen Gladbach kommst, wenn du gegen Gladbach kommst, übrigens hat hier noch jemand gesagt, Matthias, im Derby ist alles möglich oder so, ne, ich wollte es nur mal merken. Ja, wer war das? Ich weiß nicht, ich glaube, derjenige, der hat es, man kann es jetzt mal zugeben. Ne, ich gebe ihn dir jetzt einfach, weil du hast noch keinen Strich. Ja, ist egal. Was wollte ich denn sagen? Bin ich aus dem Konzept gekommen? Ja, aber genau, darf ich ja nicht vergessen, gegen Gladbach, das Spielst du gegen eine Bundesliga-Mannschaft, die ist normalerweise besser besetzt als du, ohne jetzt zu sagen, die sind 14er, 13er oder 11er, die sind halt einfach besser. Deswegen sehe ich halt die Voraussetzungen, in dem Spiel, in dem Heimspiel, auf dem Betz, im Pokal-Halbfinale, das erste Mal seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, damals in München halt. Da wird es egal sein, ob du nach zehn Minuten 0-1 zurücklegst oder so, da werden dich die Zuschauer trotzdem weiter nach vorne peitschen. So sehe ich das halt einfach, weil es halt in beiden Fällen eine riesengroße Chance ist. Vorausgesetzt, das Spiel in Saarbrücken findet halt nächste Woche überhaupt statt, wer weiß, ich brauche es beiseite. Ich wollte gerade fragen, wann ist denn das, aber okay, nächste Woche, ja. So, also ich vermute mal, ich will es jetzt nicht beschwören und ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, ich vermute mal, dass da schon die Ansetzung so gewählt ist, dass halt gesagt wird, es wird auf jeden Fall gespielt, egal wo, wenn es in Saarbrücken wieder regnet am Dienstag vorher, am Montag vorher, dann spielen wir halt in Frankfurt oder was weiß ich wo. Lautern. Lautern. In Elversberg. In Elversberg, im einzigen zweitligatauglichen Stadion im Saarland, meinst du? Wunderbar. Ja, also ich, ich, also jetzt mal kurz zum Pokal allgemein, was wäre das denn für ein geiles Halbfinale, wenn Stuttgart noch Leverkusen geschlagen hätte? Also das, boah, also das wäre ja richtig geil gewesen. Also egal, wer da dann gewonnen hätte am Ende, das hätte halt alle gebockt und ja, so ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass Leverkusen den Pokal holt, leider schon sehr, sehr hoch, ne? Ja, die werden eine Woche vorher besoffen sein, weil sie die Schale kriegen, dann werden sie drei Tage später besoffen sein, weil sie die Euroleague gewinnen und dann kommen die ja. Naja, naja. Ja, aber selbst besoffen, also. Selbst besoffen würde ich sagen, hm, wird schwer. Wird es eng. Ja, in der Verfassung muss man halt so klar sagen, aber ja, trotzdem, wir haben jetzt eben über das Spiel Karlsruhe geredet, da hat man, also da hat man einen Pokal-Halb-Finalisten spielen sehen, das darf man nicht vergessen. Aber ja, man muss sich mal vor Augen führen, was das halt für eine riesengroße Chance ist, ins Finale einzuziehen, nach 21 Jahren, nach Berlin und ich, ich habe das Hotelzimmer schon gebucht, ne? Ich war 2003 damals dabei, ich kann nur sagen, sollte das so weit kommen, muss jeder diese Chance wahrnehmen. Ich meine, jetzt ist natürlich, noch sehr viel Zeit ins Land gezogen, da ist die Chance noch geringer, dass das nochmal passiert, aber man kann halt einfach 20 Jahre danach immer noch drüber erzählen und das ist halt wirklich ein absolutes Highlight für jemanden, der sich für Fußball begeistert, würde ich sagen. Ich habe, ein Kumpel von mir ist ein großer, ich meine, jeder hat ja irgendeine Charakterschwäche, großer Eintracht Frankfurt-Fan und als sie dann vor ein paar Jahren zum ersten Mal wieder im Pokalfinale waren, dann hat er halt so, ah ja, weiß nicht, hat keine Karte gekriegt und jetzt weiß er nicht, ob er da irgendwie, weiß ich nicht, 400 Euro zahlen soll, um sich irgendwo einer zu besorgen und so, war sich dann nicht so sicher, habe ich gemeint, ey, ist scheißegal, scheiß auf das Geld, das ist einmalige Sache, musst du machen, fährst du hin, er hat das gemacht und ich sage mal, er hat es nicht bereut, also weiß nicht, was passiert und das ist vielleicht tatsächlich, gerade für so Vereine, gerade auch für den FCK, muss man ja sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt wieder so häufig kommt wie in den 90ern, ist jetzt nicht so hoch, also da muss man einfach dabei sein, würde ich auch sagen. Bleibt die Frage, ob im Pokalfinale Kaiserslautern gegen Düsseldorf, ob man so weit auf dem Platz über die Laufbahn in Flaschen werfen kann? Düsseldorf. Vielleicht kann man da vorher irgendwie Kugelstoßen üben oder so. Naja, man konnte auch in Nürnberg trotz Taternbahn Tennisbälle auf den Platz schießen, also. Mit Freude, hat man im Fernsehen gesehen. Ja, mit diesen Rundedingern. Ja. Ja. Das hat mir auch gut gefallen, also ich bin ein bisschen traurig, dass das jetzt zu Ende ist mit den Aktionen. Du meinst, dass Spiele wieder einfach nur noch 98 Minuten höchstens gehen und danach nach Hause gehen kannst. Ja. So ferngesteuerte Autos, das war doch lustig. Ja, wo gucken wir denn jetzt, wenn wir auf Barbados im Sommer, in der Sommerpause, unsere Zeit genießen, auf welcher digitalen Auslandsplattform gucken wir denn jetzt die Bundesliga? Jetzt, wo der Investor nicht kommt. Gute Frage. Hat wieder keiner dran gedacht. Ja, aber es gibt doch bestimmt auch, gibt's nicht heutzutage auch noch irgendeine Streams mit irgendwelchen arabischen Kommentatoren oder so? Die gibt's bestimmt noch, ja. Wir haben seit zwei Wochen, ist unser Dazon ausgelaufen, aber bei uns läuft's noch. Bei uns läuft's noch. Oh, da guckt jemand schwarz. Da ist so ein Schwarzgucker. Aha. Hallo, Polizei, hallo. Ist da die Kripo? Naja, ich kann sagen, also das, der letzte Spieltag hier 2008 gegen Köln, das hab ich bei einem Freund hier geguckt, der damals noch Premiere gecrackt hatte. Also, das waren noch Zeiten, ja. Ja, ja. Ja, früher, aber das erinnert mich halt auch an diese alten Premiere- und Sky-Zeiten, dass man irgendwie dann, die Karte dann irgendwie doch noch zwei Wochen funktioniert hat oder so und dann haben sie doch noch mal angerufen und doch noch mal, ja, okay, dann verlängern wir halt doch noch mal den Vertrag. Ja, also die Geschichten. Aber bei Dazon haben wir jetzt gesagt, nee, da sind wir jetzt raus. Also, irgendwann ist es auch gut. Deswegen, dritte Liga, scheiße. Jetzt hab ich's schon wieder gesagt. Ah, ja, warte. Dritte Liga, blöd, wegen Bagenta TV, kostet auch wieder Geld. Ja, vor allem ist es auch teuer geworden. Ja. Ja, du hast ja sowieso für Bielefeld. Wollen wir hoffen, dass du... Nee, ich hab's nämlich nicht, weil... Ich hab's nämlich nicht, weil wir gucken immer zusammen bei einem Freund im Keller. und wenn das mal nicht funktioniert, dann gibt's ja... Nee, 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 der hat das dann abonniert, aber wenn das mal nicht funktioniert, es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, über OneFootball für fünf Euro pro Spiel oder so, das zu gucken. Das ist ganz praktisch tatsächlich. Aber halt 20 Euro für Magenta-Sport ist im Monat, ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, und dann traust du auch noch bei RTL Plus für die Euroleague zu gucken. Ja. Ja, das kommt auch noch. Ja. Ja, dann geh ich hier in die Kneipe und guck hier. Euroleague. Ich hör uns schon Steffen, Freund, in uns ins Finale schreien. Ich weiß nicht, ob's das wert ist, ehrlich gesagt. Nee. Ja, doch, ich glaub, das wär's schon wert, ohne Spaß jetzt. Ja, gut, man kann Tone ausmachen, das stimmt schon. Oder halt dabei sein, das ist natürlich immer das Beste. Schön nach Karabag, genau. Jetzt haben wir schon vom Pokalfinale geträumt, wo das Halbfinale noch nicht mal gespielt ist. Dann heben wir uns jetzt für die nächste Folge die Europapokalträumereien auf. Aber da hab ich richtig Bock drauf. Und dann ist Tobi auch wieder dabei. Und dann ... Ja, aber das Problem ist ja, nächste Folge kannst du davon vielleicht schon nicht mehr träumen. Das ist ja ... Jetzt kannst du das noch. Ja, man braucht doch was, wo man drauf hinarbeitet. Ja, dann haben wir halt Pech. Da müssen wir wieder 20 Jahre warten. Wobei, bis dahin sind wir ja ... Ja, bis dahin haben wir uns sportlich für die ... Ja, bis dahin Champions League. Ja, ja, ja. K-Town Devils in der Super League. Ja, oder Conference League dann gegen Kilmanock, oder ... Vielleicht spielen bis dort auch 19 deutsche Teilnehmer in der Champions League oder so. Und dann ... Ja, okay. Ja, so viel zum ... Zum Sportlichen oder den Ereignissen auf dem Platz, nenne ich es jetzt mal. Ansonsten hat es ja noch ganz viel drumherum gegeben. Zum Beispiel, dass Durm seine Karriere beendet hat. Und ich stelle jetzt mal ... Ich sage jetzt nicht, ich stelle die These auf, aber ich frage mal ganz provokant, wäre Erik Durm noch beim FCK, wenn Gramotzes schon früher entlassen worden wäre? Ist so eine Frage, die ich mir zuletzt gestellt habe. Naja, in dem Fall musst du halt sagen, in dem speziellen Fall hat es halt schon auch Verletzungsgründe. Aber ich würde die Frage trotzdem mit Ja beantworten. Ich glaube, der wäre noch da, ja. Also es ist ja schon sehr ... War der denn wirklich die ganze Zeit verletzt, oder war das immer nur so ein bisschen und hier und da? Ja, gut, die ganzen Verletzungsprobleme, die er halt hatte, und dann halt die Umstände, ich meine, die sind ja bekannt, also dass jetzt einige Spieler da aussortiert waren, in den Fünfzeichen. Ich glaube, ich würde es mal platt formulieren, der hat dann einfach gesagt, okay, das war es jetzt, kein Bock mehr oder so. Ich bin eh gesundheitlich angeschlagen so. Aber die Frage von Daniel würde ich jetzt ... Also es ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, glaube ich. Also das trifft natürlich vielleicht auch noch andere Spieler. Können wir ja gleich auch noch mal drüber reden, die vielleicht auch noch da sind. Unabhängig davon, dass du jetzt halt 3-0 in Rostock gewonnen hast, ist da schon einiges ziemlich falsch gelaufen die letzten Wochen. Das muss man halt so sagen. Ich glaube, auch ein Funkel wäre gar nicht so böse, wenn er noch einen Dom hätte. Weil er auf Außenverteidiger-Position ist, sie ist ja jetzt nicht ganz so dick bestückt beim FCK. Ich glaube auch, dass er bei Friedhelm Funkel auch nicht sicher seine Einsatzzeit kriegen würde. Aber ja, schade. Ich finde es halt schade, dass Rohnstadt verletzt ist, weil der war eigentlich gar nicht so schlecht zuletzt, fand ich. Der wird jetzt wieder zurückkommen, die Tage vermute ich mal. Und dann hast du da ja wieder eine Alternative mehr. Der kann ja auch links spielen. Aber stimmt, was Stefan sagt, als Buchratz gesperrt war gegen Karlsruhe. Da können wir ja gleich zum Thema kommen. Dann spielt auf einmal Ben Zulinski halt hinten links in der Abwehrkette. Das war nicht so geschickt. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so ungeschickt war. Aber der Mann hat halt seit Monaten keine Spielpraxis und war halt auch ein Kandidat, der, so kann man es ja sagen, ist ja bekannt, alleine aufs Tor kicken durfte bei Gramozis in den letzten Tagen oder Wochen von Gramozis. Und auf die Spieler musst du dann halt setzen, weil du niemanden anderen mehr hast, so in dem Sinne. Weiß ich halt nicht. Der kann jetzt Friedrich und Funkel nichts für. Den würde ich auch komplett ausnehmen, weil der muss halt jetzt nur noch retten, was zu retten ist. Aber ich glaube, so ist halt, was zu retten ist. So ist halt schwierig. Das ist ja auch was, was man dann Gramozis am Ende vorgeworfen hat, dass er halt völlig ohne Not eben solche Spieler ausgebotet hat und sich dann diese Alternativen mehr oder weniger selber beraubt hat. Naja, die Chance dahin ist ziemlich gering, dass du die nochmal brauchen kannst. Ist klar, also, wenn du so viele Spiele hast im Kader. Aber die Chance, aber das kann halt passieren. Es kann halt passieren. Ja, so hat man es jetzt ja gesehen gegen Karlsruhe. Jo. Also wer hätte noch einen Pfennig drauf gesetzt, dass Solinski irgendwann nochmal FCK Startelf spielt. So, genau. Jetzt guckst du mir den nächsten Fall an. Weiß ich nicht. Philipp Klement ist jetzt halt eine Muskelverletzung. Klar, das kann natürlich auch Zufall sein. Aber wenn du halt zwei Wochen oder so oder zehn Tage nur aufs Tor kickst und dann wieder im Mannschaftstraining bist beim neuen Trainer, ist halt, glaube ich, stelle ich mir schon schwer vor, die Umstellung für den Körper. Dann hat Funkel jetzt halt, Sima Kaller war jetzt noch kein einziges Mal bei ihm im Kader. Obwohl Klement jetzt verletzt war die letzten beiden Wochen. Gramozis hat dann gesagt, habe ich noch eine Erinnerung, ja, Philipp Klement hätte ja gehen können im Winter. Sie haben es ja auch nachgelegt, weil Ritter und Sima Kaller vor ihm sind in der Kaderstruktur, sage ich mal. So, jetzt ist Sima Kaller halt seit drei Wochen oder wie lange funkelt. Jetzt sei es gar nicht mehr dabei. Also jetzt letzte Woche in Rostock, Solinkovic auch nicht mehr. Okay, nach dem Auftritt gegen Karlsruhe die 20 Minuten, sage ich mal so, Matthias hat es ja schon gesagt, Ragnar Ahrer war ja schon schlecht gegen Karlsruhe, aber der war ja noch mal eine Spur. Also da siehst du halt, dass du halt meiner Meinung nach, das sage ich auch so offen, hättest du halt im Winter viele von den Spielern eigentlich nicht gebraucht. Bis auf Rohnstadt mit Abstrichen, okay, der war jetzt verletzt, schade für ihn, ich gehe mit. Ich fand den auch relativ solide rechts hinten. Und Philipp Kallup sowieso, aber die anderen drei Spieler weiß ich nicht. Muss man sich halt mal, jetzt ist es zu spät, aber da muss man halt schon mal fragen, warum hat man das Geld sich nicht gespart und hat versucht, noch einen Innenverteidiger zu holen? Da muss man mal den technischen Direktor fragen. Jetzt wird es interessant. Das ist ja eigentlich das heikete Thema beim FCK die letzten Wochen. Ja, erzähl mal. Also ich wollte kurz noch dazu sagen, also ich glaube, wenn wir das jetzt davon haben, von wegen Funkel und Alternativen und so, ich glaube, wenn Funkel noch einen Terrence Boyd auf der Bank hätte, wäre er auch froh drum, in der aktuellen Situation. Ja, ich wäre froh drum, wenn die Spieler vielleicht noch in der Kabine wären, weil ich glaube, da hast du schon, klar, es hat sportlich nicht mehr gereicht bei, oder waren sportlich nicht mehr gefragt, Lute, Durm, Boyd, aber ich glaube, für die Kabinenstruktur, da wird jetzt, glaube ich, wenige widersprechen, waren die halt schon viel wert. So, mir ist klar, diese sechs Neuzugänge, die haben natürlich Geld gekostet, du hast auch vier Spiele abgegeben und davon waren das sicherlich auch Lute, Boyd, die waren bestimmt nicht billig, Erik Durm vielleicht auch nicht. Alles gut, aber ja, weiß ich nicht. Ich meine, das kriegst du ja jetzt heraus, ist ja kein Zufall. Wenn mal einer gestrichen wird in einem Spiel, sage ich nichts, aber auch bei Gramutze sind ja schon so passiert, wenn wir da gerade weitermachen können, dass Spieler direkt von der Startout auf die Tribüne, auf der Tribüne gelandet sind. Ich weiß nicht, ob du das im Fußball halt machen kannst, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Das ist ja auch ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ja, und da sind wir jetzt halt, wie du es eben angesprochen hast, Flo, beim technischen Direktor, also Enes Hayri, ich sage jetzt einfach mal Sportdirektor, der musste sich auch einiger Kritik deswegen stellen und die Kritik muss er sich halt, also muss er sich auch gefallen lassen, dass er halt, also die Wintertransfers haben schon große Fragezeichen, bei mir zumindest, hinterlassen. Naja, wenn das, sagen wir mal, ja, Matthias? Ich finde das halt ein bisschen schwierig, zu beurteilen oder ihm da mit direkter Kritik zu kommen, was Spielerverpflichtungen angeht, denn er ist ja gar nicht der verantwortliche Mensch da eigentlich dafür, sondern das ist ja eigentlich immer noch Thomas Heng. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer macht da genau was? Das müsste man halt mal wissen, wer da jetzt genau für was verantwortlich ist, aber im Prinzip, so rein nach der Organisationsstruktur ist das immer noch Thomas Heng. Und wenn da halt irgendwas nicht läuft, dann muss er sich das eben dann auch irgendwie ans Revier heften lassen. was da ansonsten mit Heiri noch ja, intern ist, also ich meine, im Kicker war ja so einiges zu lesen, dass es da durchaus sein Auftreten zu Verstimmungen geführt hat, um es mal so zu sagen. Aber, ja, im Endeffekt sind das alles so Sachen, bleibt das an Thomas Heng irgendwie hängen, da er halt einfach schlussendlich der Verantwortliche dafür ist und an ihm würde es dann eben auch liegen, da Konsequenzen zu ziehen oder nicht, ja. Ja, klar, also jetzt, das ist halt dann, das ist halt diese typische Verantwortung, die halt die Hierarchie nach oben geht. Also, wenn der Sportdirektor, technische Direktor, wie auch immer, der halt für solche Sachen erstmal im Tagesgeschäft die Verantwortung hat, wenn der einen schlechten Job macht, da muss sich derjenige, der, da muss sich derjenige darüber halt auch Fragen gefallen lassen. Das ist ja vollkommen logisch. Zumal offiziell heißt es ja noch nicht mal, dass er der verantwortlich ist im Tagesgeschäft dafür, oder? Hat es, wurde es mal offiziell so dargestellt, dass Enes Heiri da der der Verantwortliche im Tagesgeschäft für ist? Die Frage, die du in den Raum Aber dann wäre doch, dann wäre das doch am FCK, das mal klarzustellen. Ja, ja, genau, ja. Die Frage, die du in den Raum gestellt hast, Matthias, genau, die bleibt halt unbeantwortet. Und da bist du halt wieder bei dieser, was der nächste Punkt ist in den letzten Monaten und Wochen, diese für mich mangelnde Kommunikation, die da phasenweise vorgeherrscht hat, gebe ich ihm da nicht recht, das würde ja im Verein liegen, solche Dinge mal zu sagen, wenn das in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wer ist denn jetzt die treibende Kraft, wer übernimmt denn jetzt die sportliche Verantwortung, hat Thomas Hengen wirklich die sportliche Verantwortung komplett abgegeben oder nicht. Das ist natürlich alles, klar, das findest du natürlich raus, wenn du hinterher bist, keine Frage, aber so richtig durchgeschieden, sage ich mal, ist das ja nicht. Andererseits muss man halt auch sagen, wenn halt ein, ich weiß nicht, ob du dann technischer Direktor bist oder Sportdirektor, das sei ja mal dahingestellt oder verkappter Sportdirektor, aber ich glaube, wenn du im Fußball eine Position übernimmst und du bist dann in der Öffentlichkeit einfach als Direktor von irgendwas, dann musst du halt auch mal in der Öffentlichkeit antreten, sage ich jetzt mal so, ja, aber wenn du das halt nicht machst, dann musst du halt damit rechnen, dass irgendwann mal jemand das kommt und sagt, das passt nicht und hier, das passt vielleicht nicht und dann geht es vielleicht so aus, wie es jetzt ausgegangen ist, also ich weiß aus Fankreisen, dass da auch schon durchblickt, dass das halt nicht so ganz super ist, ne? Ja eben, weil ich meine, gerade in Kasselslautern muss man doch wissen, wem man dann schlussendlich mit der Mistgabel vom Hof jagen, vom Berg jagen muss, also das ist ja, wenn er da nicht weiß, wer jetzt, dann ist das ein unhaltbarer Zustand. Naja, in dem Fall, in dem Fall sprechen wir jetzt weiter in die Zukunft, wenn sie die Klasse halten sollten, dann brauchst du ja auch einen neuen Kader planen und du brauchst einen neuen Trainer nach Friedhelm Funkel, weil ich gehe jetzt mal zu 99,8% davon aus, dass er nicht weitermacht, er hat es ja auch schon gesagt, aber man kann ja nie alles ausschließen, aber ich würde jetzt sagen, okay, die Sache wird sich echt geregelt haben, hoffentlich Ende Mai und dann sind wir ja wieder am selben Punkt, wer entscheidet das, wer macht das, so, ja, und ich glaube, noch mal ein Trainerfehlgriff, ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass die Nachfolge von Dirk Schuster halt einfach hier vorne und hinten nicht gepasst hat, jetzt von den Ergebnissen her nicht und auch außerhalb des Platzes, was da so erzählt wurde, die Entlassung an sich hat ja schon nicht gepasst. Bitte? Die Entlassung an sich war ja schon, äh, also war ja schon schlecht. Von Schuster meinst du? Genau. Also jetzt nicht schlecht im Sinne von, dass man ihn abgelöst hat, das ist eine andere Diskussion, aber so wie es halt abgelaufen ist, war es halt mehr oder weniger dilettantisch. Ja, ich suche, ich tue mir halt schwer damit, dann zu sagen, ja, der Trainer hat ja von Anfang an keinen Kredit beim Publikum. Das sehe ich komplett anders, sage ich ehrlich, weil Er kann ja Punkte holen, dann hat er den schnell. Bitte? Er kann ja Punkte holen, dann hat er schnell Kredit. Genau, das ist das Nächste, aber diese, also diese Nicht-Euphorie, sage ich mal jetzt, ja, dass jetzt keiner an die Decke gesprungen ist, hat gedacht, okay, das wird auf jeden Fall klappen, hast du ja irgendwie selbst zu verantworten, weil ich meine, jeder, der ein bisschen Krebs in der Birne hat, der weiß ja, wenn ein Verein vier Tage oder fünf Tage einen Trainer sucht, dass das vielleicht nicht die erste Wahl ist, wenn der dann montags kommt und der andere Trainer Donnersachs gehen muss. So, aber ja, ich gebe Matthias Rech, was du gesagt hast, wenn die ersten drei Spiele gewinnst, interessiert es niemanden mehr, wenn die Ergebnisse halt nicht passen, geht es halt dann schnell zu Ende, wie es jetzt zu Ende gegangen ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, vor nächster Runde brauchst du dann wieder einen neuen Trainer, egal in was für einer Liga brauchst du einen neuen. Ja, da kannst du dir halt nicht nochmal einen Fehlgriff leisten und kannst im September sagen, ah, hat doch nicht geklappt. So, weil mit drei Trainern auf der Payroll in der Zweitligasaison, da hast du halt viel falsch gemacht. Das ist halt einfach so. Also, es muss auf jeden Fall eine Aufarbeitung nach der Saison stattfinden. Weil, also selbst wenn, also auch wenn man den Klassenerhalt schafft, aber so wie die Saison gelaufen ist, auch wenn man es jetzt rein auf die Ergebnisse und die Tabellensituation am Ende der Saison bezieht, kann damit keiner zufrieden sein. Auch wenn man weiß, was eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, was die eigentliche Erwartungshaltung beim FCK ist, weil die könnte man ja offiziell eigentlich auch nicht. Aber ich glaube, dass die Erwartungshaltung so weit lehne ich mich aus dem Fenster nicht war, dass man mit Ach und Krache irgendwie in der Liga bleiben wollte. Thomas Hengen hat doch gesagt, Stagnation ist Rückschritt. Daran muss er sich halt auch messen lassen. Also ich wäre jetzt um eine Stagnation von letztem, was war das, November oder was, wäre ich eigentlich ganz froh. Jetzt siehst du halt, Rückschritt ist Rückschritt. Ja, genau. Also ich habe mir gerade noch mal letzte Woche die Tabelle bei der Schusterentlassung angeguckt. Da warst du halt Elfter mit 18 Punkten, mit 5 Punkten Vorsprung auf Schalke. So, jetzt, klar, im Nachhinein können wir jetzt immer, muss man dazu sagen, können wir jetzt 4 jetzt hier schlau daher schwätzen, aber weiß ich nicht. Also so wie Daniels gesagt hat, würde ich mitgehen. Der Anspruch war natürlich wahrscheinlich echt viel, viel mehr. Also nicht nur einfach mal Elfter werden und locker die Klasse halten oder Neunter werden, sondern meines Erachtens würde ich schon sagen, da war schon im internen Kreis schon ein bisschen mehr zu erwarten oder wollten die mehr, was ich auch verstehen kann auf der einen Seite, wenn du halt jahrelang da Geld reinpumpst und willst halt irgendwann mal sportlichen Erfolg sehen, aber die andere Seite ist halt, da müssen wir uns doch gar nichts vormachen. Also das, klar, mit den regionalen Investoren, da sind jetzt nicht so, ich würde jetzt mal behaupten, dass es nicht so Investorenhaie, wie man es jetzt anderen hat. Keine Heuschrecken. Ne, genau, das Wort, was mir gefehlt hat. Aber die wissen genauso, dass in der zweiten Liga kein Geld zu verdienen ist und die wollen lieber heute als morgen aufsteigen. Und da, das jetzt zum Beispiel, habe ich vor ein paar Wochen den Rasenfunk gehört mit Schwerpunkt, wo der Schwerpunkt eben auf Lautern war und Rasenfunk, also super Podcast, Grüße auch an der Stelle, aber dass da dann die Rede davon war, dass der FDK sich erstmal in Liga 2 etablieren sollte, das ist einfach nicht machbar. Also natürlich kann jetzt nicht, ist da jetzt keiner sauer gewesen, dass man jetzt nicht direkt den Durchmarsch geschafft hat oder dass man das nach zwei Jahren nicht geschafft hat. Alles schön und gut. Aber ich glaube, also ganz ehrlich, ich finde die zweite Liga auch geiler. Die Vereine sind viel geiler in der ersten Liga, so viel Quatschvereine dabei, das ist so, Heidenheim, Hoffenheim, was auch immer, das ist alles langweilig, aber Geld zu machen ist halt mit dem FCK nur in der ersten Liga. Das ist einfach so und unabhängig davon, ob man das jetzt nach außen kommuniziert, dass man aufsteigen will oder nicht, aber das ist mittelfristig die Erwartungshaltung und ja, also da müssen wir uns alle nichts vormachen. Ja, aber dann sprechen wir über eine Distanz von, sprechen wir da über eine Distanz von, sage ich mal, drei Jahren oder sprechen wir über acht Jahre? Wenn wir über acht Jahre sprechen, sage ich natürlich, da gehe ich auch nicht mit, das dauert halt dann zu lang, klar, vor dem Hintergrund, den du erläutert hast, aber wenn wir über drei oder vier Jahre sprechen. Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass es zu Anfang so einen Drei-Jahres-Vier-Jahres-Plan gibt, dass man da was aufbauen möchte, weil ich würde eher behaupten, das Geld wird immer weniger, je länger man in der Liga ist, außer es schießt halt noch mal jemand, keine Ahnung, ein Dines findet doch noch mal einen Geldtopf und schießt da doch noch mal was dazu, aber das Geld wird ja nicht mehr. Der Punkt ist... Ne, ne, aber ich sage ja, wenn wir jetzt über 2000, wenn wir darüber noch 2029 sprechen würden, dann würde ich sagen, ja, okay, klar, glaube ich auch nicht, dass es einen Drei-Jahres-Plan gibt, aber sagen wir mal so, ich würde es mal so sagen, wenn es jetzt dieses Jahr normal gelaufen wäre und du hättest wieder einen Mittelfeldplatz belegt, okay, ja, dann hätte man nächstes Jahr, glaube ich, mal langsam nach oben schieben können, aber jetzt hast du halt natürlich komplett die, also von meines Erachtens komplett die Struktur vom Kader halt komplett auf links gedreht, ja, da hast du jetzt gar keine Kontinuität drin, so mit drei, vier Leihspielern, ja, einige Spieler werden nach der Saison auch gehen müssen, ist ja klar, muss man ja nur auf die Einsatzzeiten gucken, so, dann hätte ich nächstes Jahr gesagt, okay, kann man mal leicht nach oben schieben, klar, dein Anspruch kann ja nicht sein, wir waren jetzt zweimal Achter oder Neunter und jetzt wollen wir nächstes Jahr Vierzehner werden, ist ja klar. Gerade mit dem Start und mit dem Rücken, mit dem Publikum und und und, das haben wir ja alle schon erörtert, aber im Moment, wenn du so ganz kurz, also wenn du jetzt bis zum Schluss wahrscheinlich im Abschiedskampf bist, ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht viel Illusion machen, relativ kurz vor Schluss, hoffentlich nur, dann weiß ich nicht, ob du dann in den nächsten zwei, drei Jahren sagen kannst, ah ja, jetzt wollen wir mal in die Bundesliga aufsteigen. Der Punkt ist, ja, ja, also der Punkt ist und den habe ich ja auch schon häufiger gemacht und das klang ja bei Daniel gerade auch schon so und das kann man nicht, nicht, also das muss man immer wieder herausstreichen, weil es einfach so ist, die zweite Liga ist für den FCK ein Minusgeschäft. Es geht nicht mehr darum, dass man da kein Geld verdienen kann, sondern du verlierst Geld. Jedes Jahr verlierst du Geld. deswegen ist es auch immer nötig, dass die SPI da jetzt schon seit Jahren, also gerade in der dritten Liga ist es natürlich noch extremer, aber in der zweiten Liga ist es eben auch so, das hat Stefan Kunz schon richtigerweise gesagt und das wird auch jeder danach, wird das gesehen haben, es ist einfach ein Minusgeschäft mit den Kosten, die du mit dem Stadion zusammen hast, sind einmal mindestens fünf, sechs Millionen, die der Spielbetrieb im Fritz-Walter-Stadion kostet jedes Jahr in der zweiten Liga und das kannst du nicht mit dem Fernsehgeld, das es da gibt, nicht kompensieren. Und klar, wenn das Stadion immer komplett voll ist, so wie es jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich fast war, dann holt das einiges raus, aber man muss halt sagen, also auf Dauer ist die zweite Liga für den FCK nicht finanzierbar und deswegen muss natürlich die Perspektive irgendwann auch sein, aufzusteigen, sonst bringt das alles nichts, aber auch ganz klar ist, das kannst du halt auch nicht mit der Brechstange machen, also oder wenn du das unbedingt mit der Brechstange machen willst, dann musst du noch sehr viel mehr Geld reinschießen als jedes Jahr, weiß ich nicht, ein paar Millionen oder so. Ich meine, guck dir an, was der HSV-Verkaderkosten hat und die haben es auch nicht geschafft in den letzten Jahren, also wenn du es mit der Brechstange versuchen willst, dann reden wir hier schon von mittleren, also von zweistelligen Millionenbeträgen jedes Jahr und das ist natürlich nicht zu machen, aber also ich denke, wenn man sich dieses Jahr stabilisiert hätte und den Kader klug verstärkt hätte und vielleicht so eine kleine Verjüngung dann auch drin gehabt hätte, also dann ja Beuth und Durmweg und dann nach und nach Spieler da integrierst und so in eine funktionierende Mannschaft, dann hättest du auch nächstes oder übernächstes Jahr auf jeden Fall zumindest mal ins obere Drittel vorstoßen können und du siehst ja auch in der zweiten Liga, da gibt es immer mal Mannschaften, die auch mit nicht so viel Geld da oben mitspielen können, wenn du es richtig anstellst und das wäre halt der Weg gewesen, aber es dann... Dann kommen wir zusammen. Ja, genau, aber dann halt Schuhs da rauszuwerfen war meiner Meinung nach zumindest zu dem Zeitpunkt falsch und jetzt hast du halt ein größeres Problem an der Backe, ja. Du hast halt in den letzten Monaten so ziemlich alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Ja, eben. Das muss man auch mal sagen. Ist ja nicht nur, dass du Schuhs da rauswirfst, sondern auch im Winter, dass du dann dabei auch Brechstange, du holst dir sechs neue Leute im Winter, das ist ja kompletter Wahnsinn. Endlich, sagst mal einer. Da finde ich ja auch eine Kabine um die Ohren. Aber Brechstange halt nicht, um aufzusteigen, sondern dass man halt irgendwie drin bleibt. Weil, also, du musst es halt so machen, ich bin jetzt Laie, ich bin kein BWLer, ich drücke mich da sehr vereinfacht aus, so wie ich die Sachen halt verstehe. Aber es wird halt wahrscheinlich irgendwie geheißen haben, ganz am Anfang, okay, wir steigen jetzt auf, wir haben Geld, keine Ahnung, wir können euch drei, vier, fünf Jahre, können wir finanziell auf dem Niveau bleiben, bevor wir dann irgendwann sagen, okay, jetzt halten wir jetzt so nicht mehr durch. Und dann brauchst du halt, dann brauchst du halt eben das, was Stefan gesagt hat, dieses Geschick halt einfach. Du brauchst dann halt das glückliche Händchen. Und dann muss es dann, das wird dann halt so, letztendlich muss es so laufen wie, keine Ahnung, als Union aufgestiegen ist, oder als Heidenheim aufgestiegen ist. Die hatten auch nie die dicksten Kader der Liga, aber die haben sich halt klug verstärkt. Und mit dem Geld, was sie hatten, haben sie halt gut gearbeitet. Naja, wobei Union hat sich, hat sich doch, wie hießen die nochmal, bei denen wir uns auch Geld gepumpt haben? Bei Quadrex. Bei Quadrex haben die sich doch auch dick Geld geholt, nur dass es bei denen halt funktioniert hat. Und die hatten halt den richtigen Trainer. Genau, die haben halt Geld für den Trainer ausgegeben. Genau, ich spreche jetzt in erster Linie gar nicht von den finanziellen Aspekten, das wissen wir ja alle. Ich wollte jetzt nur mal auf diese sportliche Ausrichtung hinaus. Wenn dir jetzt so die letzten Monate oder zwei Jahre immer, sind immer diese Worte, Stabilität, Kontinuität gefallen, das brauchst du jetzt halt nicht mehr zu erzählen, wenn du halt so agiert hast, wie du diese Saison agiert hast. Und am Schluss dir ein 70-jähriger Trainer, ist kein Affront oder so, Gottes Willen, die die Scherben zusammenkehren soll und nur noch die Klasse halten soll. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Die Sachen liegen ja auf der Straße. Das ist der Anspruch, haben wir jetzt eben auch schon gesagt, halt viel höher, aber auch in der Saison. Ob du dann gleich aufsteigst, um Gottes Willen sei dahingestellt. Aber man muss halt schon Realismus wahren, dass es halt in der Liga noch bessere Mannschaften gibt als der FCK momentan. Natürlich kannst du mit Glück immer mal oben mitspielen. Aber dieser Weg, ich spreche ja nicht über acht Jahre, sondern über, weiß ich nicht, jetzt ist es 2,24, 2,25, 2,26 oder so. Es wird auch über die nächsten ein, zwei Jahre Kader-Mannschaften geben, die besser versteckt sind als der FCK. Einfach alleine schon. Die wird es immer geben. Alleine schon, weil wir dadurch, so wie der deutsche Fußball halt mittlerweile läuft und welche Vereine in der zweiten Liga sind, das sind einfach ganz andere Namen als früher. Mit Schalke, mit Hertha, die wahrscheinlich beide drin bleiben werden. Ja, also das sind halt ganz andere Strukturen mittlerweile als wie vor 10, 20 Jahren in der zweiten Liga, als noch Rot-Weiß-Aalen oder VfR-Aalen oder wer auch immer, Sandhausen. Okay, Sandhausen jetzt nicht das beste Beispiel, aber als halt noch solche Kaliber in der zweiten Liga waren. Ja, und vor allem eine Sache wollte ich gerade noch sagen, weil das Flow, da klang es halt auch schon so ein bisschen, man kann ja auch einfach mal festhalten und das gilt glaube ich über die letzten Jahrzehnte hinweg für den deutschen Fußball. Wenn du im Februar Friedhelm Funkel als Trainer holen musst, hast du vorher nicht alles richtig gemacht. Ja, so. So, das kann man einfach mal festhalten. Genau, und da muss man nach der Saison mal sagen, okay, wo soll es jetzt hingehen mit dem Verein, wenn du die Klasse hältst, hast du halt diesen Betriebsunfall nochmal vermieden, aber wo soll es jetzt hingehen, was ist jetzt hier los, wer wird der neue Trainer, was ist da der Anspruch, was soll die Philosophie von dem sein, so, ne, wie gesagt, wir können ja noch, wir können ja noch drei Stunden drüber reden, noch ein Beispiel, wenn jetzt gesagt wird, nach der Schusterentlassung dritter, dritter, junge Spieler integrieren, ja, wo sollen die denn herkommen beim FCK, das ist jetzt meine Gegenfrage, ne, zum Beispiel. So, Laufleistung stimmt nicht, ja, weiß ich nicht, Stefan hat das glaube ich vorhin gesagt, hier Konditionenbolzen oder so, ne, jetzt in Rostock auch nur 111 Kilometer gelaufen, die Mannschaft wird jetzt halt keine super Lauftalente mehr werden, das ist halt alles, sind halt alles solche, ja, weiß ich nicht, da wollen wir halt irgendwas rechtfertigen, aber es zählt dann im Fußball nicht nur die Laufleistung, junge Spieler integrieren, total gut, sind wir bestimmt alle dabei, aber die müssen natürlich irgendwo herkommen, die können natürlich von extern kommen, noch besser ist, wenn sie von intern kommen, aber wenn die U21 in der Oberliga im Mittelfeld spielt, wird es halt schwer, ne. Ja, aber du hast halt, du bist aber jetzt trotzdem in der Situation, da ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch was Positives da drin, du hast jetzt halt ein bisschen Zeit, jetzt mal genommen, du hältst die Klasse, du hast jetzt Zeit, dir wirklich Gedanken zu machen, wie soll es jetzt wirklich die nächsten Jahre weitergehen und du hast jetzt auch Zeit, dir den richtigen, den richtigen Trainer auszusuchen, nicht einfach wieder irgendeine Notlösung, die gerade auf der Straße sitzt. Ja, aber das ist eine Riesenchance für den FCK. aber Stefan, das ist immer wieder beim Thema, das ist immer wieder beim Thema, wenn wir dann sagen, okay, junge Spieler einbauen, dann darfst du dir aber nicht Dirk Schuster als Trainer holen, weil da weiß jeder in der Fußballbranche, oder viele, dass der das halt einfach nicht macht, so ist halt Fakt, der macht es halt einfach nicht. Wenn das deine Philosophie ist, wir wollen mit Nachwuchsspielern oder jungen Spieler einbauen, die können ja auch von extern kommen und die entwickeln, dann verkaufen, dann musst du dir halt auch den Trainer holen, der das mitmacht. Das will ich einfach nur damit sagen. Dass natürlich dann bei Kramotz irgendwann diese Show so vorbei ist mit irgendwie Spieler einbauen und so hin und her in der Rückrunde oder wie auch immer, habt ihr eben auch schon gesagt, was da dann gekauft worden ist in der Winterpause, es war halt ein bisschen gegenteilig zu vielleicht jungen Spielern. Aber da hast du natürlich vier Wochen später oder drei Wochen später andere Situationen nach dieser Leistung in Braunschweig, haben wir ja alle schon diskutiert, alles gut, aber wenn diese Saison vorbei ist und der FCK hat den Klassenhalt geschafft, dann muss halt da mal jetzt was kommen. Weil ich glaube auch, dass die Leute, die in der Führung sind, die jetzt hier diese Saison agiert haben, dass die halt auch unter Druck kommen und mit dem Nachfolger von Funkel, vorausgesetzt zweite Liga, dritte Liga, ja, wirst du wahrscheinlich viele Trainer bekommen, muss es dann halt mal funktionieren, ne? Ja. Also vielleicht, was ja ein bisschen, da bin ich jetzt zu wenig im Thema, aber was jetzt vielleicht mit dem Nachwuchsproblem, nenne ich es jetzt mal, was dem FCK da vielleicht zugutekommen könnte, ist, dass es halt ab nächster Saison in der A-Jugend nur noch diese, nur noch in Anführungszeichen, diese Entwicklungsliga, oder so heißt das glaube ich, eben gibt, dass es halt nicht mehr ist wie bei früher, dass man dann in die Regionalliga absteigt und keine Ahnung, sondern dass du halt den festen Platz da hast und dass du halt auch immer gegen die Top-Teams dann spielen kannst, vielleicht kriegt man dann so mal nicht diese Top-Talente, wie es jetzt andere Vereine kriegen werden, aber dann hast du halt vielleicht doch noch mal die Möglichkeit, andere Talente für den FCK zu holen, die halt wissen, da kann ich spielen und da spiele ich auch jede Woche gegen starke Gegner und was in der Regionalliga dann natürlich schwieriger ist, also vielleicht ist das ja da so ein bisschen die Hoffnung, dass man da vielleicht dann zukünftig in ein, zwei Jahren doch noch mal aus dem eigenen Nachwuchs was hochziehen kann. Genau, guter Punkt, dann sprechen wir über ein, zwei Jahre, da gehe ich ja vollkommen mit, keine Frage, aber du bist nicht mehr im Jahr 1998, wo du sagen kannst, okay, jetzt mach mal einen Durchmarsch und dann läuft das alles so wie damals, geht halt einfach nicht mehr. Naja, also Aminia Bielefeld zeigt doch, dass du durchmarschieren kannst. Ja, okay, ja, das ist mir leid, dass ich jetzt wieder in die Wunde getreten habe, aber ja, nee, nach unten kannst du immer gut planen, aber nach oben kannst du gut planen. Nach unten planen musst du nur viele Fehlentscheidungen machen, dann geht es automatisch, hat man ja auch jetzt beim FCK in verharmloster Form im Gegensatz zu Aminia Bielefeld gesehen, ne? Ja, da hat es so deutlich länger gedauert, ja. Genau, und was noch dazu kommt, wenn der FCK ja wirklich absteigen sollte, dann ist halt alles in Schuhe und Asche gelegt, in Anführungszeichen. Nicht alles, aber vieles, was du die letzten zwei, drei Jahre angestoßen hast, kannst du halt dann wieder aufs Minimum runterfahren. Ja, das wäre wirklich, das wäre wirklich dramatisch. Deswegen wollen wir jetzt einfach mal, bleiben wir jetzt einfach mal positiv und ja, ist doch jetzt alles geil, nachdem wir Rostock gewonnen haben. Champions League. Ich sage jetzt nicht, dass wir am Wochenende Osnabrück weghauen, weil als ich letztes Mal gesagt habe, wir gewinnen 4-0 in Magdeburg, da ist es uns um die Ohren geflogen. die Lage ist bedrohlich, aber nicht bedenklich. So hat er gesagt. War das ein Spruch von dir, Stefan? Ich glaube, der ist sogar von Friedhelm Funke. Die Lage ist bedrohlich, aber nicht bedenklich. Ja, aber da sieht man auch wieder, also die wichtigste Position, die du in dem Verein hast, ist halt eben der Trainer. Und darum wird dir alles aufgebaut. Da musst du halt wirklich vielleicht auch mal, sagen wir mal, mehr Geld in die Hand nehmen, um wirklich mal einen richtig guten Trainer zu holen, statt 5-6 mittelmäßige Spieler, die dasselbe kosten. Und das haben wir halt jetzt halt eben im Winter gemacht. Deswegen, ja. Aber das könnte halt, das hat ja Moritz Kreiling von Kicker auch schon gesagt, das könnte halt echt eine Chance für den FCK sein, dass man jetzt, wenn man jetzt wirklich die Klasse hält, dann könnte man wirklich in aller Ruhe sich einen neuen Trainer für die kommende Saison suchen. Und mit dem, ja, also das wäre halt so eine Situation, die gab es nicht so oft beim FCK, dass man im Sommer da einmal einen kompletten Vollstart machen wagen könnte. Das letzte Mal war, glaube ich, doch Franco Foda, der, ne? Ja, stimmt. Ja, ja. Ja gut, der kam noch gerade in mir Ballerkopf, ne? Würde ich nur mal hier anmerken. Bei Franco Foda muss ich immer an die, was, spanische Übersetzung oder portugiesische Übersetzung denken. Ja, naja. Ja, Stichwort, Nachwuchs oder wer auch aus dem Nachwuchs früher kam, Stichwort Betzeanleihe, hat man ja mit ihm viel geworben, hat jetzt aber leider Kreuzbandriss erlitten, Henrik Zuck. Vorhin hatten wir es auch von Außenverteidiger-Positionen, ist natürlich da, tut dann natürlich noch mal besonders weh in der aktuellen Situation und gerade bei ihm in seinem Alter ist es dann halt schon, muss man ja schon befürchten, in welcher Form und ob er denn da noch mal zurückkommen kann. Ist natürlich schon bitter. Bei Zuck ist es halt auch noch mal bitter, guck mal, wie oft der schon komplett abgeschrieben war und der ist immer wieder zurückgekommen, ne? Ja. Also richtig, ich stehe auf Menschen, also das ist wirklich richtig schade, tut mir richtig leid, aber ja, wer weiß, vielleicht kommt er davon ja auch noch mal zurück. Ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Das wäre echt. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten, ähm, dir noch was Sportliches zu besprechen? Nö. 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 Läuft auch gut, alles gut. Ja, ich sage Champions League, ja. Wir sind auf Kurs. Champions League kommt. Wir sind auf Kurs. Alles gut. Ja, okay. Ja, und dann noch eine traurige Nachricht, die uns vor zwei Wochen erreicht hat, dass Andreas Brehme unerwartet verstorben ist. Ähm, beim Spiel gegen den KSC gab es dann auch ähm, entsprechende Anteilnahme, ähm, mit Schweigeminute und äh, Trauerflor, äh, auch eine sehr bewegende Schweigeminute und äh, in der Westkurve gab es dann auch äh, ähnlich wie die Fahnen, die es schon zu äh, Ronny Hellström, äh, beispielsweise gab oder zu den, ähm, Walter-Brüdern, gab es die dann halt auch schon, äh, für Andi Brehme in diesem Stil gehalten. Das, äh, fand ich echt schön und, äh, also zumindest in der Hinsicht war das ein, ja, ich nenne es jetzt mal ein schöner Nachmittag, auf dem Betze. Ähm, ich persönlich bin jetzt ein bisschen jung, um Andreas Brehme, miterlebt zu haben, als, als Spieler oder auch als Trainer, aber ich denke, ihr könnt da ein bisschen mehr davon erzählen, wie Andreas Brehme euch in Erinnerung bleibt und geblieben ist. Naja, äh, ich muss dazu sagen, mir war nach seinem Tod jetzt gar nicht so bewusst, der hat ja die meisten Spiele für den FCK gemacht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ohne jetzt zu lügen, aber ich glaube, ja. Hm, was das eigentlich für ein Spieler für den FCK war, also, was er für eine Karriere gemacht hat, dass er dann noch zurückgekommen ist, ich meine, es gibt ja, wenn man an Andi Brehme denkt, gibt es ja Bilder, die natürlich auch jeder Fußballfan kennt, der die Zeit nicht miterlebt hat, also, äh, klar, WM-Tor 90, keine Frage, ich glaube, das ist so für meine Generation, anfangen, sich für Fußball zu interessieren, werden viele sagen, ja, WM 90, das ist das Ereignis, das hat mich für Fußball begeistert, und dann halt auch noch an, Rudi Völlers Schulter beim Abstieg 96 weinend, ne, und dann natürlich auch die Zeit als Trainer beim FCK, oder damals war das ja Teammanager, darf man ja auch nicht vergessen, am Anfang war das ja echt eine gute Zeit, also, Stichwort Startrekord in der Bundesliga, dann auch nach der Übernahme, nach Volker von oder Rehackl waren die Bremen damals, ne, also, da gucken wir mal, über was wir, wenn wir vorhin über Trainer geredet haben, über was wir, Kaliber, wir damals geredet haben, ja, am Ende ist es natürlich dann, ich sag mal, schwierig zu Ende gegangen, so ein bisschen, wie es halt, glaube ich, schon seit 25 Jahren beim FCK, so der 30, ah, der Trainer wird den entlassen, ah, doch, der muss gehen, ah, nee, doch, und dann muss der doch gehen, aber ja, ich würde jetzt fast sagen, die Trainerkarriere, FCK, UEFA Poker, Halbfinale und so, dann dieser Startrekord, das war jetzt schon auch nicht so schlecht, natürlich war der Anspruch damals größer, okay, aber kann man jetzt nicht wegdiskutieren, dass da auch ganz guter Erfolg da war, gerade aus Sicht der heutigen Zeit, wenn wir vorhin über Europa League und so geredet haben. Ich muss immer dran denken, also, ich kann mich an ein Spiel erinnern, 1996, in der Abstiegssaison, irgendwie haben wir zu Hause gegen HSV gespielt oder so und auch auf diesem absoluten, ich weiß nicht, Sandplatz, den wir da hatten, hat an die Prämie irgendwie Libero gespielt und hat von hinten irgendwie langen Bälle nach vorne geschlagen und so, war aber halt auch genauso glücklos wie die anderen und HSV, die waren kaum am Ball, haben uns dann aber irgendwie 2-0 ausgekontert und naja gut, so wie es da halt dieses Jahr gelaufen ist, also da dann natürlich zum Ende, also, in der Saison auf jeden Fall glücklos, aber das Ganze, auch wenn dann vielleicht sein Anteil nicht mehr so groß war, ist ja dann als Spieler noch gut geendet bei uns und ich muss immer dran denken, wie er mal im Sportstudio war und dann irgendwie auf die Torwand schießen sollte und dann hat ihn, ich weiß nicht, ob es Peter Kürten war oder also auf jeden Fall Moderator gefragt, ja und, Herr Bremen, also, mit welchem Fuß schießen Sie denn jetzt und dann meinte er, ja mit links kann er härter schießen und mit rechts genauer, ja und welchen nehmen Sie jetzt? Ja links natürlich, das taubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, muss ich sagen, also fand ich immer ganz nett, ja aber ansonsten natürlich großer Fußballer und mit dem FCK auch immer irgendwie verbunden und natürlich schon traurig, dass er nicht so alt geworden ist jetzt, aber ja, ich denke, man kann ihn auch immer in guter Erinnerung behalten. Ja, zumal er sich halt immer mit dem FCK also wirklich zu 100% identifiziert hat, ich glaube, es hat eine andere Zeit auch, wir sind ja direkt am Abstieg auch gesagt, er bleibt, ne, ich meine, mit den, mit den Erfolgen, die Andy Bremen in seiner Karriere hatte, heutzutage würdest du dir wahrscheinlich eher irgendwie einen dicken Vertrag irgendwo in Emiraten oder in den USA gönnen und dann noch ein bisschen die Karriere ausklingen lassen, spricht auch sehr, sehr für ihn und eben auch dazu, wie wir halt eben auch zum FCK standen, also es ist einfach ein ganz, ganz großer Spieler, der, den der FCK da hatte. Ja, es ist wirklich so, wie Flo halt gesagt hat, dass einem das jetzt, das ist ja eigentlich auch schade, dass einem das jetzt so posthum bewusst ist, was das, was er eigentlich für, also was er für den FCK eigentlich geleistet hat und ja, das ist, also ich werde den Gedanken halt nicht so ganz los, dass das so einer der letzten großen FCKler halt war, die, die da von uns gegangen, der da von uns gegangen ist in so einem jungen Alter, also klar, FCK hatte danach auch noch Spieler, die es danach zu was gebracht haben, allen voran jetzt Miro Klose zum Beispiel, WM-Rekord-Torschütze, aber bei dem hatte man halt nie den Eindruck, dass er nach seiner Zeit beim FCK, dem FCK so verbunden geblieben wäre, also klar, er wollte doch Trainer werden, er hat ja auch seine Kinder schon ganz oft in der Schule angemeldet, ja, die haben, mittlerweile hat er die schon bei Unternehmen angemeldet, die sie übernehmen können wahrscheinlich, er wollte doch FCK-Trainer werden, schön, ja, ach ja, 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 also wirklich traurig und, ja, ich hatte auch, vielleicht ist zäuscht da jetzt mein Eindruck, aber ich glaube, er wurde nach seiner Karriere dann auch für das ein oder andere doch noch belächelt, sage ich mal, aber, ja, also das ist wirklich, also, ihr habt es schon beschrieben, ja, mit dem FCK abgestiegen, hat er eigentlich gesagt, nach der Saison höre ich auf, dann hat er gesagt, nö, so kann ich nicht aufhören, ich möchte mit beitragen, dass er wieder hochkommt und das dann wieder wettmachen und, ja, diese Sensationsgeschichte mit der Meisterschaft, ja, also da muss man, glaube ich, gar nicht mehr viel Worte drüber verlieren, also, echt, echt eine traurige, traurige Nachricht. Ja, wie kommen wir da jetzt wieder, wie kommen wir da jetzt zum Schluss wieder auf positivere Stimmung, Gedanken? Ja, ich hätte gern von Paul Mohn einen ehemaligen FCK-Spieler gehört, aber der ja heute frei macht, fällt das ja wohl aus, scheiße. Jetzt hast du das auch böse, das ist auch das böse Wort gesagt. Ja, ihr habt mich angesteckt mit der FCK-Sprache. Müssen wir Tobi sagen, dass er in der Nachbereitung den Explicit-Tag bei Spotify dran macht? Dann können wir jetzt aber auch auf die Kacke hauen, ja. Ja gut, ja, dann, wenn keiner mehr von euch was hat, dann würde ich vorschlagen, gebe ich ab zu Matthias und der Betzewurz. Genau, danke Daniel. Ja, wir sind jetzt natürlich also, es ist ja nicht nur Betzewurz, sondern erstmal der goldene Rilsson, und da sind wir jetzt natürlich in einer Situation, die ich auch ehrlich gesagt genauso lassen möchte, denn wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass jeder von uns bei zwei Euro gelandet ist. Wow. Von daher haben wir jetzt ein absolut perfektes Putt, und ich finde das eigentlich ganz passend, und von daher, ich meine, wenn Tobi und Paul nicht da sind, dann kann man den ja eigentlich auch nicht richtig vergeben, das ist ja, also ich meine, wenn sich jetzt jemand hervorgetan hätte, hätte ich gesagt, ja gut, aber würde ich sagen, in dieser Woche belassen wir es dabei, was das angeht, und ansonsten ist es so, also haben wir jetzt nochmal acht Euro dazu, und dann sind wir bei 226 Euro momentan bei der Betzewurz, wobei mir gerade einfällt, dass wir, glaube ich, auch noch ein, zwei Spenden bekommen haben in den letzten Wochen, also nochmal vielen Dank, auf jeden Fall an alle Spender. Grüße an Sebastian Sobel an dieser Stelle, danke. Ach ja, ich glaube, das hast du uns ermöglicht, Flo, kann das sein? Ja, was heißt er, was heißt er ermöglicht, er hat halt in diesem, im SWR-Podcast halt schön mal Rasen getroschen, und dann habe ich halt gedacht, okay, da muss was fertig sein, und er hat ja die, meines Wissens hat er ja eiskalt erfüllt, ne? Ja, ja, hat er gemacht, ja, ja. So. Hat gespendet, also. Grüße, liebe Grüße an Zobel, und, liebe Grüße und vielen Dank. Ja, und danke, Flo, dass du da so dahinter bist, alter Geldeintreiber. Top Job. Top Job. Ja, also, mehr Eindaten noch dem Vorfall, aber es ist egal. Ja, das ist ja dein Problem. beim SWR wird sehr lange gerechnet, von welchem Konto das verbucht wird. Genau. Ja, und, also, dementsprechend gebe ich ein bisschen unverrichtete Dinge, aber trotzdem glücklich und dankbar für alle Spenden, die wir jetzt hatten, und mit dem Aufruf auch gerne immer weiter zu spenden, gebe ich wieder zurück an Daniel. Ja, vielen Dank. Ja, war einfach eine gehaltvolle Sendung heute, würde ich einfach mal behaupten. Selbst Top stinkt nie Daniel, würde ich mal sagen. Nein. Also, war fast schon seriös, oder? Für unsere Verhältnisse. Also, ich weiß nicht, ob das nicht, ob das nicht, doch dran liegt, dass Paul und Tobi nicht dabei waren heute, ich weiß nicht. Aber Stefan, für seriös haben wir, glaube ich, zu oft das böse S-Wort gesagt heute. Ja, es war, du meinst Schalke, oder was? Okay, gut, dann machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank für's Zuhören, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder Spotify, kommentiert gerne bei uns auf der Seite, bei Twitter, Blue Sky, Facebook und wo auch immer wir zu finden sind. Spendet sehr gerne für die Betze Wurz, da freuen wir uns und die Einrichtungen, an die wir das am Ende der Saison spenden, immer sehr darüber. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Du bist das aller Schöpfer, auch der Welt. Schau in den Kopf und hör schreit, es sagt, du bist nie allein. Odeh, 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 o Vielen Dank.